mal zu sagen so schön gebrüll ich weiß nicht ob es in aufnahme drauf ist oder nicht überwiesenlich würde ich sagen begrüßen wir uns begrüßen wir euch zu einem weiteren fall auf unserem ls gcf-projekt heute haben noch mal mit dabei der markt und der timo hallelöchchen popöchen die muss busfahrt ich habe nicht so ein krieg um nicht im grubber gewinnt das gucke ich mir jetzt mal hier ja jetzt zum händler und dann gibt es ab ich habe ein gewicht noch dafür die stecken mit ankurbeln mich ja für wen sonst brüchst du muss ich vorfahren werden erfahren müssen aber es muss ich kann mich direkt an der staße eine straße da ein platz ziehen und passt eigentlich in einer plan die bga ist wird das wäre das wenn sie gleich herausfinden dachte ich mir doch hoffentlich gibt es überhaupt die bga ja doch wir werden doch wir haben einen sieger auf jeden fall direkt hier vor vom hof noch und sonst doch ich weiß wo die ist ich glaube ich auch ist da wo ich tanken war ist das ja da sieht so aus naja habt ihr ja nicht ganz so weit weg wo ist das war weiter her jetzt erst mal da habe ich nicht so dass wir keine feldnummern haben und ich dir jetzt sagen wo das liegt aber das ist gerade etwas schwierig war karte links so in der mitte bei biogas ruprecht bali war der aussieht jeder wie ist es nur zu langsam dann wird die hexen die muss aber ein bisschen dicht da nur am fahrern war halt auch nicht so jetzt hier links das feld hatte ich habe mich mal hier vorne aus so hatte ich komme von links links anseite welche kam hat er glaubt zielfelder hier habe ich schon fokussiert nein längst so nicht ja jetzt hat das jetzt so jetzt ja ich verziehen vielleicht neu einsetzen oder direkt rum war der ich jetzt immer recht neu an ja jetzt du musst du musst links neben mir fahren nein jetzt muss links neben mir fahren macht also macht das nicht muss schon links neben mir fahren ja timo sagte folgen haben muss fertig zwei profis und werden also hat das wir müssen was machen aber jetzt schon mal rein ich war wenig das sind doch so die größten silagische behälte kaufen geil jetzt haben beide gemietet ich habe noch ein zweites feld nur von neuer zu neun uhr gleich ich habe als morgen gut ist dass ich morgen wieder fit bin ich meine stadt kam ein paar fotos machen muss weil es wurde auch von einem account nach einem zwei war so da ist auch für linie elf nachgefragt ja ich weiß nicht genau der fährt der hat auch sein kann auch mal nicht mal so ein bisschen wollen muss immer umfährt oder so ich glaube black irgendwas frage mich bitte nicht wieder genau ist jetzt aber auch hier aus münster hinter dir auch jetzt müssen wir gleich mal eben sagen wo die dinge ist wie gesagt also auf der karte ja wir haben bei links bei biogas ruprecht sich seit auf der karte in der mitte da musst du hin bis jetzt wir sind jetzt rechts im osten bei alex sozusagen zu hause in leipzig da kommt stein ich weiß ich sehe ihn weil ich bin zwar krank aber nicht blind weil du willst einmal noch vorbeifahren nein nicht du team muss man jetzt mag vor da einfach ein silo kippen oder wo soll ich das hinkippen ja sucht ja ein silo ausfangen am ende an und dann wettestens müssen wir da irgendwann zurecht schieben ich muss eh wieder hinter dir fahren weil hier komme ich auch in den stein mir schon nicht mehr dran vorbei dachte ich dachte ich fahre so einmal durch so und dabei lade ich aus ja dann kommt es halt immer nicht mehr drüber her das hat man immer ganz wo soll ich denn anfangen also ich soll erst ganz hin wir kippen wir fahren rückwärts rein im prinzip ja genau und kipp mal bis am ende bis nichts mehr gehst dann fährst du vor und zwei da haben das was ja wie viel bist du bei dir drin Timo manniger 56.000 über die 57.000 und sommer dort dort kann man was ich bin doch noch die bauern die für die frau schön am Arbeiten kannst du dir den Schlüppel angucken mag ich mir ganz als doch ich habe steig fest kannst du eigentlich was zu dick die gleich mag ich was soll man nur mit dir machen ist nix das ist ab und zu einfach in Ruhe bei bräuchten wir jetzt noch marcel und alexander mit vier mann abfahren halten wir auf jeden fall mal durch die betrieb hier das stimmt vielleicht next week so wo kann ich jetzt hier am sinnigsten ausfahren weil aus gedacht habe ich gerade auch so morris lenn dich zurück fies so hoch war ich den gerade oder du kannst mal zur bga switch und gucken wie wir abladen dann kannst du dir Timo zurück jetzt war eine richtung mal angucken wieso ich fahre vorwärts rein als erstes ja ich habe das das mal kurz aus aussteigen Timo kann ich mal im ranzwischen ich bin noch nicht da aber kann ich sofort machen wo stehe ich denn hier eigentlich Prozent ach so ja da kann man gar nicht rückwärts rein da kann man gar nicht vorher durchfahren schade aber auch jetzt richtig gefahren da bin ich und hier ist ganz schön eng mit so einem dicken schleppern bist du enge Sachen gewohnt sag ich nimm hier direkt das erste oder das unterste kannst du äh warte jetzt kommen moris äh ist gut ich habe ich komme schon ja immer das untere würde ich sagen ist auch näher dann an der Anlage wo man es reinkippt ach mist jetzt erst mal die ecke na und da kann man von links nach rechts und von nach nach vorne dann kippen na da denkt einer mit wie kann ich denn abkippen steuerung i ach steuerung i also das ist jetzt ja kein Trigger kann ich aber nicht doch fahr mal stückchen vor verkehrs nicht weil du direkt an der wand stehst eigentlich müsste das gehen hier geht gar nichts guck mal her stell mal aus Timo doch steuerung i äh bei mir hat er nichts gemacht ja so ist gut perfekt ja ich hatte falsch äh falsche dings ausgewählt doch von alleine wieder zu hier oder wie ist das muss doch mal stürmen hier drin ach mensch das ist schön hier wenn sich nichts rührt ne ja klar ey ich steck wieder hier im zaun fest ey man da muss auch genau abgepackt bis zu kommen da muss auch genau abgepackt bis zu kommen ach äh das ist ja das ist ja Achtung. Das ist ja ein Witz eigentlich. 50.000 Liter ist ja hier so ein Witz, ne? Ja. Deswegen, weil ich will gar nicht wissen, wie reinpasst. 2-3 Millionen bestimmt. Ich glaube, du kannst dich wieder mit deinem dicken Hintern in deinen dicken Drescher setzen. Ich kann selber die Karte sehen, Marc. Alles gut. Wenn sich einen ganz kleinen Schlepper auftauchen, da Marsch der Welt. Mal um ne Reifen noch. Ah, jetzt ist ne Anhänger aufgeploppt. Mit Full Gauss. Jetzt ist mit Reifen. Jetzt deutlich zu erkennen. Das muss ein Team auftauchen. Volker, Fragezeichen. Ah, sagt 30 Sekunden. Geil, Stück DNA. So. Zack, 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 zack. Mit diesem Schnitt werden wir jetzt auch sofort die Folge für die Aufnahmen für diese Woche. Also, wenn ich die Folge gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert uns auf jeden Fall. Ich lasse euch auch mal die letzten Folgen an, weil wir sehr interessant und lustig, würde ich sagen. Wünschen wir euch jetzt mal einen schönen Lastwoche und sehen uns dann wieder morgen im Livestream oder in die nächste Folge zu den, ja, oder nächste Woche zu den nächsten Folgen wieder. Bis zum Ende. Ciao, ciao und bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.